Moin Moin, beziehungsweise Servus, denn seit Mittwoch bin ich im schönen Bayern, beziehungsweise ganz genau zu sein, ich bin in München. Wie bin ich hierher gekommen? Ja, die Münchner Kammerspiele haben mich zusammen mit der hier ansässigen Burschenschaft Molestia eingeladen, an einem wirklich ziemlich besenderen Projekt teilzunehmen. Das Ganze nennt sich Shared Spaces und das muss man sich so vorstellen, dass sich hier immer zwei Personen treffen in einem Stadtteil und eine Route bekommen und diese Route laufen sie ab und auf dieser Route gibt es acht verschiedene Stationen und an jeder Station gibt es eine zehnminütige Darbietung. Die Künstler und Performer, die daran teilnehmen, sind so unterschiedlich, es kann, glaube ich, kaum unterschiedlicher sein, aber das macht natürlich auch den Reiz aus. Ja, und in zehn Minuten, ja, ich nutze sie, indem ich einfach, ja, Rede und Antwort stehe. Also die Menschen, die zu mir kommen, also ich bin hier auch im Bahnhofsviertel, in einem kleinen Apartment, das total süß ist und auch süß dekoriert ist und die Menschen können mich wirklich alles fragen zum Thema Sex, Liebe, Sexwork und, ja, das entspricht natürlich auch voll meinem persönlichen Bildungsauftrag, halt Aufklärung zu leisten und deswegen blieb mir echt nichts anderes über, als halt ja zu sagen und so bin ich hierher gekommen. Das Ganze ist halt auch echt super cool, weil die Leute so unterschiedliche Fragen stellen. Gestern Abend haben wir mal Überschlag gemacht und es sind tatsächlich bislang 224 Personen zu mir gekommen und haben alles gefragt, was ihnen so auf dem Herzen lag, beziehungsweise eingefallen ist. Und das ist wirklich mega spannend. Das sind zum Teil Mädels, die einfach so ganz offen sich hinsetzen und fragen, wie funktioniert das mit dem vaginalen Orgasmus? Wie ist das bei dir? Wie bereitest du dich auf den Annalverkehr vor? Das sind einfach so coole, offene Gespräche. Es waren zum Beispiel auch zwei Rentnerinnen da und die waren so offen und haben wirklich so offen über ihre Menopause erzählt und wie sich ihre Sexualität dadurch verändert hat. Das hat mich so beeindruckt. Am Ende haben wir dann noch die verschiedensten Gleitgele, die ich halt so gerne nutze, irgendwie ausprobiert und verglichen und abgewogen, was jetzt für die beiden irgendwie gut funktionieren könnte und wo sie es herbekommen. Und das war wirklich schon, ja, unheimlich toll. Es gibt auch ganz viele Aha, Achso, Aha-Momente, weil die Leute natürlich auch fragen, wie meine Arbeit funktioniert. Also nach der Motivation und wie ich mich organisiere, wie ich arbeite. Und das ist echt richtig, richtig cool. Die meisten sind so offen. Und ja, das macht echt richtig, richtig Spaß. Gestern hatte ich dann zum ersten Mal tatsächlich auch jemanden, ja, der, ja, wie soll man das nennen? Ja, der war sehr Belehrungsresistenz, würde ich das mal sagen. Es war eine ältere Dame und im Grunde ging es dann zehn Minuten halt darum, also es wurden gar nicht wirklich Fragen gestellt, sondern wir haben eigentlich immer nur irgendwie darum diskutiert, ob ich jetzt meinen Körper verkaufe oder nicht. Es war schon ein bisschen anstrengend, aber alles im einen, muss ich sagen, dafür gab es aber trotzdem 223 Personen, die so offen waren, dass ich mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr über die eine Person aufregen mag. Ja, das Ganze, ja, wie gesagt, findet in einem kleinen süßen Apartment hier in München statt. Die Mädels von der Burschenschaft sind auch total lieb und schaffen mit mir zusammen halt auch so einen echt sehr, sehr schönen Rahmen. Und ja, ich bin da total happy mit. Genau, heute haben wir den letzten Tag und ja, ich bin nochmal sehr, sehr gespannt, was für Leute kommen und natürlich auch was für Fragen. Und in der nächsten Woche mache ich euch auf jeden Fall auch nochmal ein Video. Ich habe ja auch schon so ein paar Sachen mitgedreht. Genau, dann gibt es nochmal so ein ausführliches Video dazu. Genau, so viel für heute. Ich hoffe, es war sehr interessant. Und ja, wenn du Lust hast, teile, like, kommentiere. Du kennst es ja schon. Und wir sehen uns sonst in der nächsten Woche. Bis dahin. Mach's gut.